Yo, ihr Lieben, tschüss, und heute wieder hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, und Leute, heute spielen wir Bad Wars, ja, Bad Wars, habt ihr ein Problem damit? Ne. Und ihr denkt euch nur, oh, wie kommt ihr nur Bad Wars spiel? Keine Sorge, Leute, denn wir spielen Old School. Ah, ah, oh, ich hab gar keine Bronze, ha, ha, ha. So, Leute, soll ich mal ein paar Bad Wars-Hits überparodieren, okay, okay. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute zeige ich euch mal die schnellste Schwitzer-Taktik, wie wir uns am besten rüberbauen, passt mal auf, okay. Oh mein Gott, ich war noch nie so schnell drüben, ich glaube, das ist ein Rekord. Scheiße. Ey, nee, 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 Leute, jetzt fickt Karma. Oh Gott, jetzt fickt Karma. wir sind eigentlich schon richtig schön so also zumindest war es mal schön bis hier dann irgendwann immer hässlicher geworden sind und dann nur noch mittel zum zweck war aber schluss jetzt mit dem trübsal blasen es ist zeit ein bett zu holen du arsch mal was soll der scheiß wie wie schnell war der denn bitte da alter leute wir haben jetzt kein bett mehr das nenne ich jetzt mal eine herausforderung ja so ich hoffe wir können jetzt mal ein bisschen entspannen die runden gehen mir hier ein bisschen zu schnell muss ich ehrlich sagen also wenn der zipfel von der drüben sich jetzt zu mir baut dann bin ich komplett ja ich bin jetzt war anscheinend nie zu hause was hat denn der typ geprüft stück was ist da los mal gekommen kommenter kommenter wenn der ex weiter springt da bist du der größte du kommenter mann und kämpf mann nicht mit mir nicht mit mir sucht in den anderen tag boah nee nee als ob er an mir vorbeispringt was du denn für eine kleine ooooh ey leute nee nee komm ich habe gar keinen bock auf so einen typen pass mal auf pass mal auf alter der block sei verletzt wenn ich hier schon den namen sie kompetenz bedwars ja dafür stehe ich mit meinem namen hä wo ist auf der map jetzt hier die base ey komm was ist denn dein scheiß problem man ich weiß nicht mal wo mein bett ist und der typ ist schon vor mir da ja denkst du dir auch ne schau mal wie er mein bett abbaut was ist denn lust mit dir so halb ist das bett abgebaut zur hälfte dann auch schon wieder ne ne leute warum schwitzt meine scheiß hand so man das ist ja normal ne ich bin runtergefallen nee nee mann du ey warum muss man so ein hurensohn sein was soll die scheiße nein das hast du deine schnauze ja hä da haben wir es wieder greift mich so an alter er hat nicht mal hol dir doch er sieht so ich bin in meiner base das heißt ich muss gute stuff haben aber der typ ist so drauf ne ne das kostet alles zu viel zeit mann ich muss schnell den typen umbringen dass ich schnell einen win habe äh leute weißt du oh oh da holt er sich rüstung ne komm her komm her oh komm runter und kämpf kämpf mach hier doch keine schwulität mann Samuel fagio du wirst mein nächstes opfer sein digga muss auch schon wieder komplett los was hast du denn was hast du denn gesofft komm greif mich an greif mich verfickt nochmal an was schau wie verarscht der mich jetzt grad leute das ist ja normal ne ey nee nee mann oooooh digga jetzt reicht es mir schon wieder komplett komm hier gibt es kein knockback ne hier gibt es kein knockback du wichser ha da ist es runter da wird das Bett wegkommen alter oooooh okay leute ich strebe jetzt mal die Mitte an boah alter gebt euch jetzt mal wieviel gold muaaah es liegen noch original drei leute auf der map und einer von den dreien hat ein Bett wow kompetenz badwurst leute ich habe schon angekündigt dass ich gegen ihn spielen werde und hier kommt unser finale regie epic music noch ein bisschen gold geholt ab gehts boah wir haben ne enderperle ein versuch der eine versuch zählt wow also leute meine hände schwitzen grad mehr als alles andere boah der ist seine base leute die sache ist halt ich weiß nicht ob er zu hause ist wollen wir es direkt mal versuchen ok das war es schonmal mit seinem Bett oooooh wer hat jetzt gewonnen ich hab gewonnen ja haha gg gg hessh hehehe alter wuuuuh so leute ich würde mal sagen das soll von dem video gewesen sein ich hoffe euch hat die schnickerunde badwurst mal wieder gefallen schreibt mir in die kommentare wenn ihr mehr badwurst sehen wollt dann würd ihr mal sagen haut rein machts guuuut tschüss 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 tschüss